Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, Bimbo, Rüdersdorf, wunderbar vertreten hier mit 5 und 8 Ja, 9,5 für dich, 13 Kilo Alpha, 9,5 Der Martin, 7,5 und den Peter, der kommt bei mir mit 5,5 Ja, ich schmeiß mal rüber zu Martin Jo, schönen guten Abend auch darüber nach Rüdersdorf hier mit 5 und 5 Ja, für dich, 7,5 So, dankeschön, Radio 7, Santiago 5 hört sich immer gut an, HI Ja, Jut, ich bin immer vom alten Job Alles gut, war bloß Spaß Jut, Peter, hau rein Ja, klar, wunderschön Ich muss auch direkt meine Ansage machen Der Turmgaster kommt jetzt hier angefahren Wer hier Schluss macht Also ich mache jetzt danach Kuatango Weil hier der Mann seinen Job erledigen will Er will jetzt zumachen Und von daher enden wir mit 54 gelisteten Stationen Wunderschönen guten Abend noch zu dir Sind wir da nach Rüdersdorf Wunderschönen guten Abend auch noch da oben zu Basti und Martin Auf dem Teufelsberg, kommt gut runter, guckt nach Hause Das gilt auch allen anderen Stationen, die mobilerweise portabel unterwegs sind Trocknitte und gebührenfreien Flug Und bis zum nächsten Wochenende Und Basti, wir sehen uns morgen früher, danke, mach's gut Ja, wunderbar, Peter Den Bau ab, frohes Abbauen Falle ich die Treppe runter, die sind gefährlich, habe ich gehört Die besten Zäderchen zu dir rüber Knitter frei und Mike zum Martin Hallo Peter, habe die Ehre Schönen Abend noch, schönen Sonntag Und ja, eine schöne Woche Bis nächsten Sonntag Alles klar, bis nächsten Sonntag Und ich habe eine schöne Lampe dabei, was ich weiß, was voraussicht Sehr gut, sehr gut, sehr gut Okay, 54 Stationen Den wollen wir doch mal dabei belassen heute Ich melde mich dann auch ab für heute Herzlichen Dank an alle verhellenehmenden Stationen Und dann hören wir uns nächstes Wochenende Neuer Frischer Bye, bye, besten Zäderchen und weg Ja, das ist das Mikrofon in der Hand habe hier kurz. Ja, ich bin alleine, wunderbar. An alle teilnehmenden Stationen, schönen Dank, 73, einen wunderschönen Restsonntagabend, eine schöne Woche, bis zum nächsten Mal, hier war der Fernmelder oder die 13 Tango Whisky 046. Am Mikrofon der Martin macht jetzt QRT und baut ab. Schönen Abend, tschüss. Entschüssigen alle miteinander, frohes Abholen, Martin, Sebastian und auch Peter muss schnell machen, dass Treppe runtergehen, dauert länger, aber fallen ist gefährlich. Wöch euch was, ne? Und 80 Meter hat nicht hin, ja, und 3637 ist ein Ostgote, der knallt zu, da höre ich kein Dorschen. Over. Alles klar. Da war noch eine Station, die was von mir wollte, bevor ich abbau. Ja, ich versuch's mal, den Biber aus Grüßau. Ja, hallo, Biber. Mensch, fast zu spät, schimmungsabend, ja, wie gesagt, Biber, Grüßau, Matthias, 5.7 bei mir. Ja, 5.1 hier bei mir. Werden wir dich mal noch mit auflisten, dass du die, dass du die Laterne noch bekommst. Das werde ich dem Peter denn noch sagen, falls er das jetzt nicht noch im letzten Moment gehört hat. Dann machen wir jetzt aber Schluss. Ich wünsche dir einen schönen Abend und die besten Zahlen, ja? Danke, dir auch. 73. Jo, Peter, bist du noch da? Ne, naja, dann werde ich die mir später noch mitteilen. Alles gleich hin, bye bye. Overallsichung. Wir chooses das Earl. Ich hoffe, das patrol kommen wird. Oke, das 03. Wir bestennen diese começoen.